Das ist sie! Das ist sie! Geht um, den Hund! Rüber und... So... Gef... Ja super, ich möchte ins Gefängnis sein, um Gefängniswerke zu kommen. Halt dich auf! Das ist auch eine Möglichkeit... ...aktiver Letten, der ein bisschen macht. So, Spice, eine ist weg. Jetzt kommt schon... ...überlassen... ...der zweite! Und das ist der dritte? Da haben wir so... ...mit dir sitzen. So... So... Okay... ...die Nächsten kommen rein. Wie viele kommen noch? Ich hatte keine... ...und wenn ich zusammen... ...sehe... ...diese... ...diese... ...meine Lieblings-Diener... ...bis jetzt... ...zumischen Glambein ist... ...und sie landen wirklich schwer. Ich nehm... ...ist all zu sehr... ...und... ...ist all zu sehr... ...und... Ich habe diese Gegend erlednig damit... ...liebe als... ...die Liebe! Super! So, wenn meine Gesundheit wieder auf 5 dann gleich verlassen! Und dich auch! So, wenn meine Gesundheit wieder auf 5 So, wenn meine Gesundheit wieder auf 5 Kann das sein? Ja, das kann sein So, dann mal Sgt. Wogan die Erinnerung klappen Kommen! So! Süßes Zähne! Okay! Ah, so kommt man in die weiteren Verwaltungsbüros Ah, jetzt bewegt sich da draußen! Okay! Ich bin auf 4 Hauptquartier Nein! Ihr Offizier 1242, konfrontiere Flüchtling! Junk-Bolt durchbricht den Schild der schweren Einfuhr So drücken sie ein B Und RT Zum Feuern So, da ist nichts mehr, nichts mehr Gut, ähm Wohin kommen wir da Wohin kommen wir da? Trainingsraum für Anforcer Okay! Und da drüben Kleiderraum für Anforcer Jetzt ist die Frage, wohin müssen wir? Ähm, gehen wir mal Ähm Kleiderraum Da ist sonst nichts mehr Gut! Dann gehen wir da durch Kommen im Trainingsraum Okay! Sonst wären wir hier durchgekommen Nehme ich jetzt mal an Hauptquartier, ja Wenn wir dort Hier Dort durch Ja Aber auch immer Ihr wisst, was ich meine Oh Ist halt schön mächtig Stark, aber Geht um die Hormslinien Ausbildung gemacht Jetzt bitte umbrechen, deine Mensch Ja Jetzt bitte umbrechen, deine Mensch Ja Scheiß Puh So Keine Fülle mehr Ach 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 Du hast Ach Ach Das war deine letzte Karte Einen Trausbild Nein, das wäre nicht gut. Na los, komm schon. Ich will den hier jetzt, um nicht wieder aufzuladen. Du siehst, ich bekommst, dass du ihn kannst, auch wenn du hier fernierst, wie auch immer. Ähm... Exklusiv als Sensen-Virus, der vorzuschildert zerstört mit allen Zielen in der Reichweite Schwänschern zufügt. Logik-Bombe, okay. Ich springe jetzt mit M, um da aus dem Schadensbereich zu kommen, okay. So, jetzt kommt ihr mal von mir, aber, ja, wir sind ja einfach perfekt von mir, so, jetzt kommt es weiter. Na los, komm schon. So! Überlasten! Ja, du schreibst auch noch. Und dann gehen wir mal schnell schauen, was habe ich noch jetzt freigeschaltet. Ich kann nur die Auflade-Zeit aufladen, Impressions freischalten. Machen wir mal schnell. Äh... Schalten wir den Y frei. Da. So. Da halten wir zweiten Schlüssel mal noch. So, du schreibst auch noch. Komm schon. Überlasten. So. Überlasten. Okay. Wenn ich mein Gedächtnis wiederkriege, dann bitte ohne Worn. An dieses Arschloch will ich mich nicht erinnern. Die Vergangenheit kann dir nichts mehr. Lebe im Hier und Jetzt. So. 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 Wieder Auflade-Gesundheit. Und dann gibt es hier eine schöne Remini-Szene. So. 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 Zelle geradeaus, ja. Da oben ist Madame. Madame, Eindringling in der Wachenumkleide. Genauer bitte. Sergeant Warn wurde angegriffen. Totale Gedächtnislöscher. Schalt den Eindringling. Doppelpatrouillen. Ich aktiviere den Braindrainer. Die einzige, die hier mit Erinnerungen spielen darf, bin ich. Wenn ich hier bleibe, sieht man das... Bleib aus dem Licht, Mellon. Ja. 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 Ja, schön Madame. Ich hätte aber gerne noch meine alten Hände ganz hoch. Ein영wärme für die Hände, die sind neu. Wie ist das? Wie ist die Ein grabung? Und wenn man ja auch mit Erinnerungen kann. Wie ist das? Wie ist das? Und wenn man nicht mehr mit Erinnerungen знает. Also mit Erinnerungen Mechanismen sich damit. Einfach Knopfdrücken und schwupps, die Zelle auf dem Weg zur Wartung und währenddessen 40 Mal ununterbrochen zwinkern. Arrestzelle bestätigt. Bitte zur Wartung sind. Arrestzelle bestätigt. Bitte zur Wartung senden. Termin hinweis. Madame und Dr. Quaid werden zum Verhörgebäude gebeten. Da! Die Verhörzellen sind ganz nah. Beeil dich! Was ist da hinten? Das hier? Was ist da hinten? Das hier? Was ist da hinten? Das hier? Nichts, wie so aussieht. Okay. Oder doch? Was ist mir doch? So, muss ja so sein. Sonst wäre da drüben nichts gewesen. Ähm, da ist nichts. Gut. Du machst diese komischen Geräusche. Okay. Ähm. Test zu füchtern! Okay. 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 Wettbewerb! Was ist das? Ich hatte eine Fläten, die auch die Fläten. Hier habe ich das. Das ist ein Fläten, ich werde den Fläten. Ich habe das eine Fläten. Ich habe das Fläten, das ist auch ein Fläten. Der ist hier wirklich. Die Fläten ist hier. Was ist hier? Na los, komm schon, bis jetzt hin halt. Na los, komm schon, bis jetzt hin. Na los, komm schon, bis jetzt hin. Ja! 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 Ja!